Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Weiter geht's mit unserem Rake Tracer und wir haben jetzt letztes Mal mit der Intersect Methode hier angefangen. Haben uns diese Mitternachtsformel hergeleitet für die Kugel, die wir schneiden wollen. Und ja, genau das wollen wir jetzt dieses Mal fertig machen. Wir stopfen natürlich diese Mitternachtsformel nicht auch noch hier rein, sondern wir werden die öfters brauchen, deswegen packen wir die in Util rein. Macht ja auch irgendwie Sinn. Okay, wir haben hier eine Public Static, nennen wir sie doch einfach Mitternachtsformel. Also Vector3D natürlich, äh, nicht natürlich, ich sag euch nachher warum Vector3D, das ist alles andere als natürlich. Vector3D Mitternachtsformel. So, wir wollen natürlich unsere A, äh, unser A, unser B, Double B und unser Double C haben. So, und, ähm, ja, wir brauchen natürlich einen Rückgabewert, aber den werde ich erst nachher euch erklären. Wir wollen zuerst einmal die sogenannte Diskriminante ausrechnen. Ich glaube, ihr erkennt schon gleich, was es ist. Also Mitternachtsformel ist ja, ähm, ich hab hier das Ding noch offen von vorhin, oder von gestern für euch wahrscheinlich. Gut, ähm, Mitternachtsformel ist ja, ähm, x12, also ich schreibe einfach mal nur x, ich schreibe nur x, x12, das sind zwei Möglichkeiten, die wir da meistens haben, ist gleich. So, und dann haben wir hier einen Bruch, ähm, Minus B, Plus Minus, mal gucken, ja, es funktioniert super. Ähm, mal die Wurzel aus B Quadrat minus 4ac. So, das ist unsere Mitternachtsformel hier, die wir zur Berechnung von quadratischen Gleichungen, äh, benutzen, durch 2a natürlich noch. So, ähm, der Teil hier unten ist, ja, ist eher uninteressant eigentlich. Ähm, der Teil hier oben ist das, was die Magie macht. So, wir haben die Möglichkeit, dass wir keine Lösung haben für unsere Gleichung, nämlich, wenn hier die Wurzel negativ ist. Denn wir können im Reellen keine negativen Wurzel ziehen und wir wollen auch unsere Schnittpunkte nicht irgendwie aufs Reelle ausweiten, äh, aufs Imaginäre ausweiten, glaubt mir. Ähm, das heißt, wir haben keine Lösung, wenn die Wurzel hier unten negativ ist, was durchaus vorkommen kann. Ähm, dann haben wir nämlich keinen Schnittpunkt. Das bedeutet das nämlich dann. So, wenn jetzt unsere Wurzel allerdings gleich 0 ist, dann ist dieses Plus Minus hier hinfällig, dann kommt da nämlich jeweils dasselbe aus. Dann steht da nämlich immer Minus B durch 2a. So, ähm, das bedeutet, wir haben nur eine Lösung. Und die letzte Möglichkeit, unsere Wurzel hier ist größer als, also echt größer als 0. Ähm, dann haben wir zwei Möglichkeiten, nämlich einmal, wenn wir das draufaddieren und einmal, wenn wir es subtrahieren. Okay. Und, ähm, ja, dann haben wir hier natürlich die ganz normale Gleichung. Und das wollen wir jetzt hier natürlich alles in diese Methode reinpacken. Deswegen fangen wir gleich mal an damit. Wir sagen Double Diskriminante. Die Diskriminante, genau das wollte ich euch eigentlich erklären, ähm, ist das hier unter der Wurzel. Und das ist ja quasi das Ausschlaggebende. Weil wenn das 0 ist, haben wir eine Lösung. Wenn es negativ ist, haben wir keine Lösung. Und ansonsten haben wir mehrere. Also, deswegen hier die Diskriminante, Diskriminante, ich glaube, das stimmt so, äh, ist gleich B mal B minus 4 mal A mal C. Okay. So. Mit dieser Diskriminanten können wir jetzt diese Überprüfung durchmachen. Also, wenn die Diskriminante kleiner als 0 ist, habe ich euch ja gerade erklärt, dann haben wir keine Lösung. Das heißt, wir geben einfach nur einen neuen Vektor zurück. Und zwar steht da dann überall 0, 0, 0 drin. Ich erkläre euch gleich, was ich damit machen möchte. Ansonsten haben wir hier, wenn die Diskriminante gleich 0 ist, genau gleich 0, dann, ähm, haben wir im Prinzip von der Lösung her nur minus B durch 2 A. Also, der Teil fällt ja dann weg, weil das ist dann eh 0, das heißt, da verändert sich nichts, also minus B durch 2 A. Gut, das heißt, wir geben einen, ups, Alter, return new Vektor 3D und diesmal brauchen wir mehrere Sachen, nämlich alle 3. So, und dann haben wir hier nämlich, ähm, minus B durch 2 mal A. So, wenn jetzt A allerdings 0 ist, dann müssen wir hier noch irgendwie abbrechen. Ähm, sagen wir, if A gleich 0. Ja, das können wir eigentlich direkt hier oben machen. Nur so zur Sicherheit macht man das normalerweise immer. Wenn A gleich 0 ist, dann return new Vektor 3D mit keiner Lösung. Denn dann würden wir hier überall einen Fehler rauskriegen. Äh, sollte eigentlich gar nicht passieren, aber nur falls mal irgendwie was schief geht. Gut, ähm, hier muss man natürlich die Klammer drumherum setzen, sonst gibt es einen Fehler. Und dann kommt hier eine 0 rein und hier kommt die magische Zahl 1 rein. Ja, jetzt könnt ihr euch vielleicht schon denken, was das bedeutet. Dieses Z hier, das gibt uns an, wie viele Lösungen wir haben. Also, das ist jetzt auf meinem List komplett gewachsen. Ähm, ist einfach nur für mich irgendwie angenehm. Weil, ja, also dieses, dieser letzte Index gibt uns an, wie viele Lösungen haben wir rausbekommen. Hier steht ein 0 automatisch drin, das heißt, wir haben keine Lösung. Das heißt, wir gucken überhaupt nicht nach, was sind die Dinger da drin. Hier haben wir eine Lösung, das heißt, wir gucken uns das erste an. Und beim letzten haben wir natürlich zwei Lösungen, das heißt, wir gucken uns beide an. Und dazu müssen wir aber allerdings erstmal den Teil unter der Wurzel ausrechnen. Ähm, write-part nenne ich das einfach mal. Ist gleich, ähm, math.wurzel von der Diskriminante. Genau. Und, ähm, wir geben zurück einen neuen Vektor, 3D, mit, ähm, minus b, und das Ganze muss natürlich in Klammern stehen, minus, upsala. Ach, komm schon, verarsch mich jetzt nicht so. Minus b plus write-part durch, äh, auch in Klammern, 2 mal a. So, und hier steht im Prinzip genau dasselbe in y drin, nur dass wir hier statt dem Plus hier bei dem write-part ein Minus reinfügen. So, und in z steht dann die Anzahl der Lösungen wieder drin, nämlich, ja, nicht z2, sondern einfach nur 2. So, und damit wäre unsere Mitternachtsformel fertig und wir sind schon wieder bei 6,5 Minuten. Wahnsinn. Okay, jetzt müssen wir aber Gas geben hier. Ähm, ich hab euch ja versprochen, wir machen das komplett fertig. Gut, also geht's weiter mit dem, äh, Schnittpunkt. Gut, und ja, jetzt kriegen wir unser Ergebnis zurück hier. Wir haben ja gerade die Funktion dafür geschrieben. Unser Result, sag ich einfach mal dazu, ist util.mitternachtsformel von a, b und c. Okay, so, war ja ganz einfach. Muss man hier nicht mehr mehr machen, ähm, das funktioniert alles wunderbar. So, jetzt switchen wir, ähm, und wir müssen das Ganze vielleicht vorher noch, äh, runden. Math.round, so, ähm, das gibt uns ein Long zurück. Ja, gut, dann casten wir es halt in Integer. Ist eigentlich auch egal, wobei, im Prinzip können wir auch über ein, ich weiß nicht, ob es über ein Long geht. Ähm, und zwar, wir wollen natürlich herausfinden, wie viele Lösungen hatten wir denn? Und das machen wir einfach über z. Ja, okay, es funktioniert nicht. Cannot switch. Dann machen wir das halt in Integer. Wir wissen ja, dass da entweder 1, 2 oder 3 drin steht, aber da unser Vector3D hier, ähm, in der Implementierung ein Double hält, kann es eventuell, ähm, Ungenauigkeiten geben. Wir wissen ja, dass Double nicht ganz genau sein muss. Das heißt, wenn da 2 drin steht, könnte 1,99999 drin stehen. Und wenn wir dann drüber switch casen, dann haben wir ein Problem. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall, ähm, ja, wir müssen auf jeden Fall runden. Deswegen ist die einzige Möglichkeit. So, ähm, Case, ja, wenn wir keine Lösung haben, was geben wir dann als Schnittpunkt zurück? Das habe ich euch ja schon angedroht. Da kommt dann einfach Double Punkt Max Value raus. Genau so. So, das bedeutet, wir haben, ähm, wir sind sogar noch, wo war der Schnittpunkt, ähm, im Raytracer. Wir haben hier, T2 ist zwar größer 0, aber dieses T ist anfangs Double Punkt Max Value minus 1. Das heißt, wir sind 1 drüber über dem, was es schon vorher war. Das heißt, hier kommt ein False raus. Das bedeutet, ähm, ja, es wurde kein Schnittpunkt gefunden. Deswegen dieses Double Punkt Max Value minus 1. Ansonsten, äh, wären die beiden ja gleich und im Prinzip wird es auch funktionieren. Aber, dass es deutlich wird, habe ich das mal so gemacht. Okay. Wenn wir eine Lösung haben, ja, was geben wir denn dann zurück? Dann geben wir natürlich einfach Result Punkt X zurück. So, was passiert jetzt also, wenn wir zwei Lösungen haben? Gut, also bei zwei Lösungen, da müssen wir uns natürlich erstmal überlegen, okay, wir wollen natürlich den näheren Schnittpunkt. Also wir haben ja auch mit einer Kugel die Möglichkeit, zwei Lösungen zu kriegen, denn, ähm, lasst mich kurz was öffnen. So, ähm, da bin ich wieder. Ja, wir haben hier eine Kugel, die sehr schön rund ist und wir haben hier einen Strahl. Das hier wäre die Möglichkeit, ein Schnittpunkt. Das hier wäre die Möglichkeit, kein Schnittpunkt. Und die, merkt bitte, dass die von demselben Punkt kommen, das sieht man eindeutig. So, und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, wir haben zwei Schnittpunkte, nämlich den hier vorne und den hier hinten. Und wir wollen ja jetzt natürlich immer nur den Schnittpunkt zurückgeben, der näher an unserem Strahl dran ist, äh, an unserem Auge dran ist, weil, ähm, wir sowieso immer den nächsten Schnittpunkt suchen und ansonsten wäre das natürlich ein Problem. Gut, also was machen wir, schlauen Menschen, wenn wir zwei Schnittpunkte hier haben? Ähm, naja gut, wir sagen erstmal, ähm, wir wollen, ach ja, genau, da gibt es ja noch die weitere Möglichkeit. Es könnte ja sein, dass, ich packe das mal hier unten hin, dass unsere Kugel, ähm, unser Auge in unserer Kugel liegt. So würden wir ja theoretisch auch zwei Schnittpunkte haben, denn der Strahl lässt sich ja erweitern auf das hier hinten. Und, ähm, dann haben wir quasi immer zwei Schnittpunkte, weil nämlich immer einmal vorne dran und einmal hinten dran, egal in welche Richtung wir gucken, wir gucken eigentlich genau einmal auf den Strahl und hinter uns ist er dann auch nochmal. Das kann natürlich auch passieren, dass wir hier zwei Schnittpunkte haben. Deswegen machen wir das mal ganz deutlich mit geschachtelten Ifs und Elses. Vielleicht nicht die schönste Lösung, man könnte es auch einfacher machen, aber ich möchte, dass ihr das auch wirklich versteht. So, also wenn das Ergebnis von x kleiner als 0 ist, ja, was passiert dann? Wenn das Ergebnis von x kleiner als 0 ist, dann, ähm, also dann haben wir einen Schnittpunkt hinter unserem Auge, weil kleiner 0 bedeutet immer hinter unserem Auge. Das bedeutet, ähm, wir können auf jeden Fall den Schnittpunkt, der in y drin steht, zurückgeben. Also das ist ja immer unser T quasi, was wir hier geben. Ja, wenn jetzt aber y auch noch kleiner als 0 ist, dann haben wir den Fall, dass beide Schnittpunkte hinter unserem Auge liegen. Sprich, wir würden hier anfangen oder hier und würden nach vorne gucken, also in diese Richtung, aber die Kugel liegt hinter unserem Auge. Kann relativ häufig passieren. Das heißt, wir haben keinen Schnittpunkt im Prinzip. Das heißt, wir geben hier wieder Double Punkt Max Value zurück. Wenn jetzt aber y größer als 0 ist, dann haben wir den Fall mit einem Schnittpunkt, wo wir in der Kugel drin starten. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Das heißt, wir wollen hier natürlich y zurückgeben, weil x ist ja hinter uns. y ist vor uns, das heißt, ähm, wir geben y zurück. Also das Ergebnis y ist ja auch ein t, ein möglicher Schnittpunkt t. Also nicht der Punkt, sondern der Abstand auf dem Vektor. Also dieses, ähm, dieses Moment, dieses t hier geben wir ja zurück. Da haben wir ja dann zwei davon. Im Prinzip steht hier nicht x, sondern t. Okay, so, ähm, wenn ich es jetzt noch finde, hier. Gut, ähm, das wäre einmal die Möglichkeit hier mit x kleiner 0. So, jetzt haben wir das Ganze natürlich noch mit y hier drinnen abgedeckt. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, dass x größer als 0 ist. Das wäre dann unser Ls-Fall. Ähm, oder größer gleich 0, um genau zu sein. So, was passiert jetzt, wenn y kleiner 0 ist? Im Prinzip kann ich das hier erstmal kopieren, denn die Fälle bleiben dieselben. Innen drin y kann kleiner als 0 sein und es kann größer als 0 sein. Oder größer gleich 0, das wäre dann der Ls-Fall. Okay. Wenn y kleiner als 0 ist, naja, dann haben wir trotzdem in dem Fall einen Schnittpunkt, denn x ist ja größer als 0. Das heißt, äh, ja, return, return, genau. Das heißt, wir haben hier einen Resultpunkt x. Okay. Ähm, als Lösung. So, und wenn wir jetzt hier tatsächlich beide vor uns liegen, dann haben wir den Fall, wo ist die Zeichnung? Dann haben wir diesen Fall hier, nämlich hier und hier haben wir jeweils zwei Schnittpunkte. Und da wollen wir einfach den kleineren zurückgeben, denn das ist ja der, den wir suchen. Das heißt, wir geben hier einfach return math.minimum von beiden Schnittpunkten. Result.x und Result.y. Genau. Und das war unsere Schnittpunktberechnung. Jetzt machen wir hier, weil wir in einem Switchcase waren, ähm, das ist von der Ls, das ist von der, genau, machen wir hier noch einen Default-Wert rein, falls irgendwas schiefgegangen ist oder irgendjemand unsere Berechnung kaputt gemacht hat, geben wir einfach zurück. Wir haben keinen Schnittpunkt gefunden, denn was anderes können wir nicht machen. Einfach immer in Default, äh, in einem Switchcase immer eine Default-Möglichkeit angeben, dann passt das schon. Gut. Ja, somit werden wir mit der Schnittmethode hier fertig. Und eigentlich werden wir jetzt fast so weit, das ganze Ding laufen zu lassen. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir auch wirklich eine Szene sehen. Und das machen wir ganz easy, indem wir einfach sagen, okay, äh, Raytracer, komm her, wir hätten gerne eine klasse Szene. Ähm, die App von gar nichts, das ist einfach nur die Szene, die wir hier halten. Und wir wollen natürlich nur eine Szene möglich machen, deswegen schreiben wir hier Private Static Scene Scene. Wir machen einfach dasselbe, was wir schon mal gemacht haben. Sagen hier Public Scene, denn wir wollen sie trotzdem instanziieren können. Das haben wir mit Output auch schon mal gemacht, falls ihr euch erinnert. Nennt sich Singleton oder Einzelobjekt. Ich weiß nicht genau, wie man es auf Deutsch nennt. Ähm, hier in dem Konstruktor hätte ich jetzt ganz gerne eine neue Kugel. Ähm, eine neue Kugel, habe ich gesagt. Seer. Ähm, und zwar mit einem Radius von, keine Ahnung, äh, mit einem Radius von 5, von mir aus, und mit einem Mittelpunkt von 0. New Vector 3D, 0, 0, 0. So, das passt eigentlich einigermaßen, weil wir sind hier in der Kamera, wir gucken in Richtung 0, 0, 0, und, ähm, unser Auge steht bei 0, 0, minus 3. Das heißt, wir können die wahrscheinlich dann auch tatsächlich sehen. Okay, ähm, ja, und jetzt habe ich gesagt, ähm, wir wollen ein Singleton draus machen. Da schreiben wir dann einfach ein Public Static Scene GetScene. Ups, 7, ja genau. Ähm, und wenn die Szene gleich 0 ist, gleich gleich null, dann, äh, scene.scene gleich new scene, also im Prinzip ist dieses Scene hier auch scene.scene, also, ähm, genau. Also, wir kreieren uns eine neue Szene. Und wir geben dann natürlich am Schluss die Szene zurück. So, genau. Perfekt. So, äh, jetzt habe ich natürlich hier schon ein Objects eingeführt, das ist eine Array-Liste. Ähm, soll zumindest eine sein. Public Array List. Und zwar über Objects, die hält nämlich einfach alle Objekte, die wir so, äh, die wir so haben. Object 3D, ähm, nennen wir einfach Objects. Objects, ich habe es doch schon benutzt, Mensch. Weißt du doch. So, und die initialisieren wir einfach mit Object 3D. Okay, so, und fertig sind wir. Und alles so, damit man eine kleine Kugel sieht, ähm, ja, jetzt kann ich das Ganze mal ausführen. Und wir sehen hier, wow, wir haben tatsächlich eine Kugel geschnitten. Super geil, ähm, sieht vollkommen lame aus. Einfach nur blau und die Kugel ist grün. Und es liegt da dran, dass wir hier grün als Farbe hinzugefügt haben direkt. Aber wir sehen, dass wir tatsächlich eine Kugel modelliert haben. Und das Ganze ist jetzt super schnell erweiterbar. Und genau das habe ich jetzt in den nächsten paar Videos, äh, in diesem Kapitel mit euch vor. Das heißt, wir werden hier irgendwelche Schatten machen und so weiter und so fort. Aber es kann sein, dass es eine Weile dauert, weil das habe ich jetzt noch nicht alles programmiert. Das wird sich dann noch ergeben. Alles klar, ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher. Und ich hoffe, wir sehen uns dann, wenn es auf die fortgeschrittenen Sachen hierbei zugeht. Das Grundgerüst steht jetzt und ich finde es cool. Ja, und auch danke für die große Nachfrage. Ich habe schon gesehen, dass einige Leute hier wirklich liken und kommentieren und auch fleißig dabei sind. Ja, alles klar, dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.